Was geht meine Selevelisten? Willkommen zum zweiten Video zu Fortnite am heutigen Tage. Nun sind auch die Aufgaben online und dort gibt es eine Aufgabe, die nennt sich Lande bei einer Bootsrampe, Coral Cove und Zapplerteich. Ich werde euch jetzt zeigen, wo ihr die ganzen Locations finden werdet. Angefangen mit der Bootsrampe, die findet ihr auf der Karte ungefähr hier. Ist ein bisschen schwierig zu markieren. Ungefähr hier, dort müsst ihr jetzt einfach nur landen. Ihr werdet dort ein Fahrzeug sehen auf dem Berg und eine Filmkamera. Und an der Filmkamera ist auch ein Boot. Das ist die sogenannte Bootsrampe. Und dann können wir auch schon zur nächsten Location überspringen, Coral Cove. Coral Cove findet ihr auf der Karte genau hier. Dort müsst ihr auch einfach nur landen. Ihr werdet schon sehen, dort ist eine riesen Muschel. Dort landet ihr einfach. Und unten links über der Lebensanzeige werdet ihr auch schon sehen, Coral Cove. Somit haben wir auch schon die zweite Location. Nun gehen wir zur dritten Location, Zapplerteich. Zapplerteich findet ihr auf der Karte genau hier. Das ist der kleine Teich hier. Auch hier müsst ihr einfach nur landen. Und ihr werdet auch schon wieder über der Lebensanzeige sehen, Zapplerteich. Somit habt ihr dann die Aufgabe erfolgreich absolviert. Und ich hoffe, ich konnte euch damit ein kleines bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Und denkt beim nächsten Einkauf im Item Shop ein bisschen an mich. Und gebt mein Creator Code, Sable3108 ein. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.